Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Folge Gideonline. Hab ich alles auf Bandcury? Ja geil, ich auch. Ernsthaft? Ja. Hab ich gedacht, da ist es ausgeworfen. Aber es ist scheiß Traum, ihr habt die Trompeten am Laufen. Ich kann auch eine E-Gitarre, pass auf. Boah, wie geil. Das ist ja original Coldplay, Alter. Das ist ja live. Als würden die gerade bei dir im Raum stehen. Wir waren heute GTA-Kart vor. Und ihr habt sicherlich gesehen, das neue Update für Gideonline ist da. Ladies and gentlemen, mein Rockstar Games ist nicht verschobert. Oh! Okay, guck mal, ich starte mal den Dropshit hier, Alter. Sollen wir starten oder was? Komm, wir starten. Gangnam Sau, Alter. Okay. Seid ihr bereit? Schnellt euch an. Schubididoo. Bam! Trompete voll den ruhigen Abgang so. Ja. Ey, was ist jetzt los? Wow, 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 wow. Ja, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt an der neuen Episode von diesem wunderschönen Let's Play, liebe Leute. Oh, guck mal da, ey. Oh mein Gott. Heute ist Wellengang 8... Oh, hell. Was? Hä? Ich stehe im Wasser. Heute ist Wellengang angesagt, ja. Ich stehe im Wasser. Warum? Ja, ich stehe auch. Jo, ich... Unter im Meer. Okay, ich bin mal gespannt, was das ist. Unter im Meer. Denn ich weiß auch heute nicht, was wir da für ein Rennen fahren hier bei Grenzeft. Aber... Ich nehm' Bronzes Karre, also braun. Wenn in das nur wir... Lalalalalalalalalalala... Heute eine sehr musikalische GTA Online Folge, meine Damen und Herren. So. Ich brauche Sachen. Scheiße, Mann. Okay. Was müssen... Oh Gott. Das große Caddy-Rennen ist... Es heißt einfach Kart. Aber es ist so voreingestellt, dass man... Äh, 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 äh... Caddy nehmen muss. Ein Caddy, ja. Weil halt wegen Kart. Okay. Jo, volle Pulle. Wellengang. Alter, ich bin hochgeflogen. Boah, das geht ja... Boah, ist das ne heiße Rennen. Boah, scheiße. Boah, Mafuio ist schon weg, Alter. Ich bin gedriftet, Junge. Wuuu. Warte, ich muss mal neu Respawn machen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das war meine Schuld. Ich... Ich geh unter. Ich geh unter vor Night. So, jetzt fahr ich. Jetzt bin ich dabei. Jo, da bist du. Ich bin hinter dir. Okay. Huch. Boah, ohne Musik ist das nicht so geil, ey. Oh. Ey, was ballert der denn da rum, Alter? Ist der behindert? Ich schwirr davon. Ich steig wieder aus der... Die Welle. Hör auf. Hör auf mich abzuschieß, Mann. Hör auf. Geil, ey. Wie die da rum... Wie die da rum pengen. Wo bist du denn? Bist du immer noch da vorne? Ja, ich bin auf Platz. Oh, Wellengang. Der Wushi. Hallo Wushi. Ey, bist du mit Erste? Weißt du, warum wartet ihr denn, Mann? Es geht darum, seinen Vordermann zu überholen. Und nicht auf andere Leute zu warten, ihr Muschis. Wie feuer ich das nochmal ab? Mit hier... Ich weiß ich nicht. Hä, bei mir Reggae Musik ist. Ja, das ist so normal. Okay, das war glaube ich jetzt mein Plan. Hi, Curry. Ich hab da runtergekackt. Wie schieß ich da nochmal ab? Ich weiß es nicht. Hä, wie geht das? Oh, E. Mach's gut Curry. Leute. Wartet doch nicht auf die Leute, Mann. Taste E. Ey, wir müssen das nochmal machen ohne GTA-Rennen, bitte. Ne, du brauchst GTA... Du musst das mit GTA-Rennen, Mann. So für die Speed-Dinger da, ne? So bin ich ja schon. Geh, Mann, ich bin jetzt am Start. Jetzt ist gut. Alter, ich... Ich bin hier unter Wasser. Oh, die Welle ist grad weg. Okay, ich hab Speed. Jaaaa! Mann! Du mit deiner Scheißgranate! Jaaaa! Daneben! Oh mein Gott, das war knapp. Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das war knapp. Wie die da oben fliegen. Ich bin letzter. Das war mega knapp. Ey, ich hab gar nix. Wuii! Boah, das ist echt schwierig mit einem Nutzfahrzeug. Stopp! Stopp! Oh, ich hab's geschafft. Ich krieg gar nix auf die Kette gerade, ne? Okay, ich bin der Erste. Ich bin echt nutzlos. Wie die da alle lang... Die schafften es alle nicht darüber, ne? Das ist gut. Dann hab ich Zeit. Muss ich machen hier. Hä? Alter, wie soll das denn gehen? Boah! Alter, man muss mit dem Caddy... Boah, Alter, was war das denn, ey? Hä? Man muss mit dem Caddy da hochfahren mit... 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 Okay. Das ist krass. Aber warte mal. Hab ich den Checkpoint jetzt eingeholt? Oder... Hab ich den jetzt eingenommen? Bitte sag mir, dass ich den hab, den Checkpoint. Oh mein Gott, ich hab den Checkpoint nicht. Hallo, Dennis. Das ist ja echt blöd platziert. Hey! Ich schaff's nicht. Der wirft da seine Haftbomben in der Luft. Ich glaub, ich lasse da aus. Ich bin unter Wasser. Nein! Die schaffen den Jump alle nicht. Ich hab ihn aber vorhin geschafft. Aber das Problem ist, es ist ziemlich gefährlich da hinten, weil du musst dann an der Wand grinden oder so. Lass mich! Oh, hör auf zu schießen, Mann. Da krieg ich das Kotzen. Nein! Ach, der hat mir... Ach, der schießt da rum. Ja, das ist wegen dem Nitro, ne? Ja. Kann man nicht nur die Sachen haben? Nee, ich glaub, das geht nicht. Hör auf! Alter, du bist doch mit Fotzenkopf, Alter. Tschüss, Curry! Du Bastard! Toll! Curry, du Arsch! Hey, was macht der denn? Der schwimmt! Hör auf jetzt, Mann! Tschüss, Curry! Okay! Ab nach Begistern, ja! Oh, ich sollte nicht so laut schreiben, wenn der Dachbar-Denken auch. Okay, Mann, jetzt habe ich es geschafft. Wo bist du, Mann? Hä, du hast es geschafft? Das gibt's gar nicht. Alter, wie soll das gehen? Boah, das ist zu krass! Okay, Nitro, da. Du musst nämlich da hinten, du musst, wenn du rüber bist, musst du was voll krasses machen. Echt? Alter, jetzt hör doch mal auf, Mann! Hahaha! Okay. Das ist doch scheiße! Können, du bist mein Konkurrent. Ich nutze alle meine Mittel. Hahaha! Okay, ich will wieder drüben. Warte mal, wir müssen das anders machen. Ich hab's! Aber jetzt wird's knifflig, das kann man nicht schaffen. Bums Kopf! Warte! Ah, danke für die Hilfe! Nein, du bist ein Wichser, Alter! Nein, ich fall runter auf! Mein Gott, Curry! Ich war drüben! Ich war drüben, Alter! Ich war drüben, ich war drüben! Ey, hör auf! Hahaha! Junge, ich war drüben! Ich hab'n Platten! Okay, das reicht! Das ist scheiße, Mann! Was, da war's schwer! Hä, Leute, warum läuft da grad Musik? Hat's einer geschafft? Nein, das lief vorhin auch. Ach so. Die ganzen Wellen hier die ganze Zeit. Leute, jetzt fahrt mal! Fahrt jetzt das Rennen, ihr Wichser! Wir C und E, Kevin Ausrassier. Fahrt jetzt das Rennen, Mann! Ey, die schießt immer einen Platten, die ersten! Wir müssen zusammenarbeiten! Wir müssen zusammenarbeiten! Also, ey, du bist doch ein... Ganz ehrlich, ne? Wer hat dir ins Buch... Alter, irgendjemand hat dir doch mal ins Gesicht gekackt, einfach... Hahaha! Ich hab' es! Da vorne fliegt da, der kleine Mann! Ich hab's! Ich hab's! Ja, aber jetzt... Guck mal, jetzt wie du weiterkommst! Das ist krass! Ja, das ist easy, Mann! Du musst hier so'n Drift machen! Ja, wow, Kevin! Wow, Kevin! Hahaha! Was für'ne Scheiße! Das schafft einfach niemand! Das ist zu langsam! Das ist zu langsam! Arbeit in Hand, Freunde! Arbeit in Hand, Freunde! Doch, ich hab's geschafft! Nice! Okay! Boah, jetzt geht's los! Wo fliege ich hin? Stopp! Ey, du bist doch ein Bumpskopf, Alter! Ernsthaft? Du wartest da? Du wartest da? Warte mal, wenn wir irgendwann mal wieder TTT spielen, Alter! Oh, ich hab's! Ich hüpfe! Ich hüpfe! Ich seh' nur Wasser! Ja! Nicht mit mir, Fraser! What the fuck? Was ist das denn für ein Nitro? Nicht mit mir, Fraser! Warum ist der Nitro so krass gerade gewesen? Okay, vor der Pulle! Bin ich jetzt der Letzte, der hier... Oh! Okay, das war zu weit! Damit hätte man rechnen können! Ha! Bitte! Ups! Warum hüpfe ich denn? Nein, 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 wo ich hier... Da kannst du vergessen! Das habe ich gesehen! Das habe ich gesehen, wo ich jemanden guter... Weil die Caddies, ne? Alter, was ballert ihr denn euch da ab? Ich mag gar nichts! Der Fraser schießt mit dem Raketenwerfer hier rum! Ja, ja! Wie vieler Platz bist du korrig? Sechster! Nice! Ich habe richtig was geleistet gerade! So! Endlich mal ein bisschen voraus! Boah, die Welle! Die Welle! Streit mich weg! Ich bin tot! Ja, ich strahle dich da auch mal weg, ey! Na, komm doch mal ran auf den Welle! Du hängst ja immer noch da hinten nur Lappen! Nee, ich habe den Sprung jetzt geschafft! Ich bin jetzt bei euch, Mann! Da ist er da vorne! Der Penis, Alter! Toll! Toll! Verpiss dich da aus dem Ding! Ey! Warte, warte, die Welle kommt! Ja, auf jeden Fall! Ey, stopp! Das ist gut, das ist gut! Ja! Ich habe es geschafft! Woooo! Ich auch! Nein! Oh! Scheiße, Mann! Egal, ich bin trotzdem drüben! Ich auch! Kein Problem für Dennis! Ich würde da hinten Gas geben! Scheiße! Mit dem Nitro, äh, Dings Nitro Handy wollte ich schon sagen! Ich bin bei Rainbow Six! Woooo! Nice! Stopp! Na komm, na komm! Wehe mich ballert jemand ab! Verzieh dich! Curry! Wie er hupt! Alter, was ist das denn? Was soll man denn hier machen? Oh, nein! What the fuck! Alter! Was? Boah, was ist das denn? Ah, das ist ein Looping! Wie Looping? Als ob da ein Looping ist! Musst du halben Looping da drüben machen! Alter! Okay! Ey, du mit da... Leute! Guck mal! Ihr seid doch hinter mir! Ihr seid doch hinter mir! Da müsst ihr doch nicht schnell! Da müsst ihr doch nicht schnell! Junge! Aua! Okay! Man muss... Man muss... Echt! Ähm! Komm, 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 komm! Ey! Hau ab! Hau ab! Ich geh doch selber weg! Hä? Wie komisch das so aussieht! Oh, komm, ich weiß noch was geht! Stopp! Ja! Er fällt runter! Jalalala! Okay! Lass nochmal zusammen versuchen! Du willst du meinen... Hand in Hand, Alter! Hau ab! Hand in Hand, Alter! Hau ab! 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 Ich hasse! Ne! Wie hast du das gemacht? Bitte! Ja! Ja! Nein! So knapp! Too close! Komm! Oh man! Warte ernsthaft? Ich schaff es jetzt nicht hier hoch oder was? Weil ich kein Nitro mehr hab oder wie? Komm mal Fuju! Och jetzt habe ich es! Jawoll! Was ist jetzt hier los? Woah! Das ist ja der Wahnsinn! Alter wie soll man das denn machen? Ich hab's grad fast gehabt! Wuuuuh! Okay man braucht ein bisschen mehr Anlauf! Bist du echt da hoch gekommen? Ey! Ja man! Aber wie? Muss alles Nitro mitnehmen! Einfach die ganze Zeit durchpressen da! Und dann hast du es geschafft! Ich hab's gleich! Im Himmel! Ja toll! Ich komm da nicht mal hoch! Hey! Ich muss auch ne Runde fahren! Oh mein Gott! Ernsthaft? Es gibt noch ne zweite Runde! Bist du besoffen? Ich hab das nicht gemacht! Ne das war die Akenakis aller! Alter das war schon voreingestellt ey! Hör auf! Ohloi! Ohloi! Hab ich's jetzt? Ja! Nein! Ich spring daneben! Oh mein Gott! Hey was denn jetzt? Ach ich bin ja soffen! Ich hatte den Dreh raus! Ich hatte den Dreh raus! Ich weiß was noch... Ey ich hab's geschafft! Nee! Mit Tricks ist zu oben! Ja ich hab's auch irgendwie so da rum geplampert! Aber wir haben's gepackt ey! Wie kann das, dass der Smiley noch nicht so weit ist? Smiley Loser! Das ist das Problem! Das ist das Problem! Ja pass auf! Der schießt dir ab ey! Das ist das Problem wenn man die ganze Zeit sich darauf konzentriert irgendwelche Leute abzubannern! Ne Smiley! Ja ja! Ok jetzt mal! Nein ich will nicht ja saufen! Turbo Boost! Die Welle ist überliebt! Was ist die Welle? Überlebt! Mann! Hä? Ne Annäherungsmine! Ja genau! Ey das kann doch nicht dein Ernst sein! Jo der Don California schafft es fast! Er fliegt da oben! Ich hab keine Ahnung! Aber ich bin unterwegs Freunde! Wuh! Man muss halt so dranjumpen! Und ich reite auf der Wende mit den Akadakis! Ich seh nix! Das ist doch gemein wenn die Kamera so umschwenkt! Das ist doch gemein! Das muss ich einfach leiten lassen! Ja man kann auch einfach runterfallen! Geht auch! Hab ich grad gesehen! Wieso bin ich Fünfter auf einmal? Die haben es alle geschafft! Krass! Okay! Glückwunsch! Nee! Mann Welle! Ich lass mich jetzt einfach mal fallen! Ja danke Fraser! Der Fraser steigt einfach aus und ballert die Leute kaputt ne? Das ist ein Typ ne! Statt der das Eigentliche macht! Den Sinn dahinter! Aber nein! Ja das waren die meisten nicht! Die sind alle ein bisschen... Ey das ist nicht euer Ernst! So den Fraser hab ich jetzt erstmal Platten geschossen! Ja ich flieg einfach weiter! Als ich eigentlich muss! Toll! Jetzt hab ich mich zu sehr auf dem Fraser fokussiert ne? Mann warum flieg ich dann immer so kurz! Aber das waren zwei Runden ist zu heavy alter! Ja das war ich zu heavy ne? Das war ich! Na unser Fraser hat es nicht geschafft! Der hängt auf halb 5! Warte mal! Go 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 go! Lot thenahmen! G실ig! Komm schon! Jetzt lieg ich dort neben oder? Ah dat gibs doch gar nicht! Das ist so schwer! Ich fahr jetzt erstmal bis zum Ende und lass mich einfach runter fallen mal gucken was dann passiert! Toll! 6 da! Warte mal kurz! Ein bisschen die Ruhe! Ach nein das war zu früh! Mein Gott dennis das war blöd Es tut mir leid leute das war blöd Da habt ihr recht, da habt ihr recht, da stimme ich euch 100% zu. So, jetzt nochmal, komm. Ich fahre mit dem Moppet da, mit dem Caddy da lang. Beschleunige. Hier kann ich nämlich beschleunigen. Ja, Mann. Geht doch. So, und dann geht es hier lang. So, aber jetzt hier, hier muss man sich fallen lassen, einfach. So, nice. Das war gekonnt. Na? Okay, das haben wir... Nein! Oh, ich habe es noch geschafft, aber ich muss hier aus dem Wasser raus. Zack. Wow, die Welle, die Welle. Die Welle. Ich fahre mal hier irgendwie... Oh, mein Gott, Alter. Was denn? Ich war... Ich habe es geschafft und habe mich in so ein Hampelster drüben abgeknallt. Nein, die Welle, die Welle, die Welle. Ach, Gott. Mann. Mann, oh. Der Wasser ist... Der Wasser. Na, komm. Das ist gut. Das ist gut. Fahr, fahr, fahr. Ja. Jawoll. Hey, wo kommt er denn hin, Alter? Hey, wo kommt er denn hin, Alter? Hey, wo kommt er denn hin? Falsche richtig? Hä? Das ist falsch, oder? Oh, mein Gott. Wo muss ich hin? Du musst den Sprung schaffen, Mann. Welchen Sprung? Du musst... Wenn du auf dem Looping warst, dann musst du so einen Sprung machen. Ach, du Scheiße. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss da runter. Der kommt da angetuckert, Alter. Oh, mein Gott. Ah, fuck. Welchen Sprung? Einfach geradeaus? Ja, du musst einfach mit voller Pulle da lang. Oh, mein Gott. Das hätte ich auch wissen können, Dennis. Das war eigene Blödheit. Alles oder nichts. Okay, ich habe es. Jetzt. So, jetzt aber, Dennis. Komm, jetzt holen wir auf. Machen wir jetzt easy peasy. Jawoll, Baby. So muss das sein hier. So, Runde zwei. Wir wissen ja, wie der Kurs geht. Okay, Jungs. Boah, Alter. Das war aber knapp jetzt, ne? Da wäre ich fast von der Akete erwischt worden. Na komm, fah, 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 fah. Das Ding kommt da nicht hoch, Alter. Ich kriege zu viel. So, jetzt mache ich mal folgendes. So. Aber wie sieht das aus? Ist das da vorne das Ziel? Ja, das ist das Ziel. Ich möchte mal jemanden abschießen da. So ein böser Bube bist du? Ja, nee. Das möchte ich jetzt auch mal machen. Ja gut, ich habe verloren, weil ich blöd war. Ich war echt blöd. Okay. Ja, ich war echt blöd. Ich habe mich voll auf was anderes fokussiert. Das war so doof. Es ist vollbracht, Freunde. Was ist das denn, Alter? Was weißt du denn für eine Musik? Ich? Ich höre gar keine Musik. Mir stimmt. Ich möchte mal die jetzt so eine komische indische Musik hören. Ich sehe nur Wasser. Ich sehe nur Wasser. Wo bin ich? Wo bin ich hin? Du hast es. Du hast es. Nice. Wer da was anderes erwartet. Ich weiß es. Ich weiß es. One Ball Wonder. Jetzt bam, 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 bam. Jawohl. Und nochmal rauspannen. Bam, 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 bam. Jawohl. Ich glaube es reicht immer noch nicht, oder? Doch, doch, doch. Er hat es. Er hat es. Er hat es, der Mafurio. Jetzt pass auf. Okay. Viel Turbo. Nee, warte mal. Turbo musste eine Kurve einsetzen. Jetzt. Ja. Nice. Wie stuft das aus? Ey, geil. Mein Dermotorin, dieses Rennen verzögert sich bis 2058. Das ist das neue 24 Stunden Rennen. Ich habe es geschafft. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt aufpassen. Jetzt ein Nitro. Nein, nein. Ich brauche ein Nitro. Das zählt doch. Boah, das musst du auch erst mal schaffen. Boah, nice, Alter. Perfekt eingeparkt. Mach mal ein Nitro. Warte mal. Können wir da auch ein anderes Caddy nehmen? Na toll. Alter, einfach ab von der Wand. Du kannst ja probieren. Okay. Ein neuer Versuch für Mafurio. Aber das ist die falsche Richtung. Obwohl, na, ja. Na? Nee, noch nicht. Alles gut, Alter. Jetzt. Ja, Mann. Nitro. Ich brauche kein Nitro. Das war nämlich auch ohne geschafft. Oh, nice. Der Typ ist am Limit. Hier lang? So, jetzt hast du das Rennen aber gleich, oder? Also jetzt deine zweite Runde, ne? Ja, ja. Aber es ist die erste, weil es ist sehr traurig. Hey, du musst schon den Checkpoint mitnehmen. Da piept die in Bad. Deine Annäherungsmine. Boah. Endlich, Freude. Nicht mit mir, Freude. Ja, da. Aufpassen, Wellengang. Ich brauche kein Wellengang. Scheiße. Toll. Wieder rumschlappert der Kollege. Okay, warte. So, nochmal. Das ist Leben am Limit hier, Freunde. Jetzt schaffen wir es, komm. Scheiße auf die Welle. Die Musik dabei ist so bescheuert. Jawoll. Welle. Wir treiben mit der Welle mit. Das gibt es doch gar nicht. Nee, du musst jetzt wieder neuen Anlauf nehmen. Nein, 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 nein. Da kommt die Welle. Boah, die nimmt dich voll ein. Boah. Boah. Scheiße. Every night in my dreams. Komm, mach was hier. Okay, jetzt, komm. Jetzt alles oder nichts. Alles oder nichts. Warte, die Welle fliegt gerade da. Jetzt musst du hinterher fahren. Jawohl. Jetzt ist es. Jetzt. What the fuck. Ja. Nein. Ja, doch. Nein. Du hast es, du hast es, du hast es. Okay. Einfach die Raketen schießen. Scheiße drauf. So, jetzt. Zwölf Sekunden noch. Das schaffst du locker. Komm, fahr. Fahr. Äh. Vollspeed, willst du in einen Checkpoint noch? Boah, nice. Jetzt, volle Bulle. Scheiße. Yolo. Oh. Leider nicht geschafft. Aber der Spaß, das ist das Wichtigste, liebe Freunde. Spaß in den Backen. Erzählt der Spaß, ne? So muss es sein. Wunderschön, Freunde. Der Spaß, Curry. Der Spaß, ne? Aber weißt du was? Jetzt gehen wir mal in den Büro und werden reich, ne? Genau, Leute. Das war GD Online, ladies and gentlemen. Es kann sein, dass die Deals sofort schon da ist oder sie kommen noch. Ich weiß nicht. Also, haltet die Augen auf. Abonniert diesen Kanal. Foto. Twitch. Alles. Alles in der Beschreibung. Tschüss. Ach du Scheiße. Schöpf gehönt sein. Vielen Dank. Schöpfel. Schöpfel. Untertitelung des ZDF, 2020